Ihre Story, Ihre Informationen, Ihr Hinweis Feedback at heute.at Der Salzburger Zoo vermeldete am Mittwoch den Tod des beliebten Vogels. Gipsy landete im Gehege der Großkatzen. Ein Jaguar ließ ihm keine Chance. Gipsy hatte keine Chance, Bild, Zoo Salzburg, ein Aus-I-Wie der Salzburger Zoo erklärt kam es bereits am Samstag zu dem Unglück. Gipsy flog durch den Tierpark, als ihn ein Windstoß wohl ins das falsche Gehege drängte. Der Gänsegeier landete nämlich im Revier des Jaguars. Eine Großkatze bemerkte die Landung und reagierte blitzschnell. Gipsy hatte keine Chance. Der Gänsegeier war sofort tot. Erst vor drei Wochen wurde Gipsy wieder in die Lüfte entlassen. Zuvor fing er sich eine Bleivergiftung ein. Dank eines Senders wurden seine Routen immer verfolgt. In den Nächten zog es den Gänsegeier immer wieder zum Fressen in den Zoo. Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at, das könnte Sie auch interessieren, jetzt kommentieren, Kommentar lesen, SLO. Hier können Sie einen Kommentar zum Thema verfolgen. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.